Damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio begrüßt euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen News hier. Ich war dieses Wochenende auf der EGX 2019 hier in Berlin und habe mich mit dem Community Manager von Astragon unterhalten über den Bussimulator. Wir wissen, wann Köln 2 erscheint und was es kostet und natürlich gibt's mal wieder Neues vom Leitstellen Simulator. Das alles und mehr hier in den News. Ja, es ist mal wieder soweit. Es gibt mal wieder Neues zu berichten. EGX Berlin, da war ich dieses Wochenende und habe mich mit dem Community Manager unterhalten über den Bussimulator für die Playstation 4 und die Xbox One. Denn hier gibt's natürlich einiges an Redebedarf. Und zwar ist ein neuer Patch in Planung, der jetzt kommende Woche eventuell erscheinen soll. Hierbei handelt es sich um einen Performance-Patch, gerade um die älteren Konsolen natürlich wieder ein bisschen voranzutreiben, was die Performance angeht. Denn hier wird immer noch viel geklagt, dass das Ganze noch nicht so hundertprozentig rund läuft. Man hat jetzt gesagt gehabt, dass der neue Patch jetzt alles rund um die Performance nochmal verbessern soll. Gerade im Bereich Xbox One X und der Playstation 4 Pro, die bekommen nämlich ein neues Future hinzugefügt. Denn hier kann man sich nämlich entscheiden, ob man das Ganze eventuell ein bisschen performanter machen möchte oder ob man mehr Wert auf Grafik legt. Finden wir eine relativ coole Entscheidungssache. Die normalen Konsoleros für Playstation 4 und der Xbox One, die haben diese Einstellungsmöglichkeiten natürlich nicht, da die Konsole halt dementsprechend nicht so viel Leistung hat wie die Playstation 4 Pro und die Xbox One. Hier muss man also dementsprechend mit den Einstellungen leben, die Astragon hier vormacht, die sie voreinstellen. Ihr könnt natürlich das Ganze halt noch ein bisschen regulieren, indem ihr den Verkehr ein bisschen runterschraubt und vielleicht die ganzen Spiegel deaktiviert und so weiter und so fort. Also das ist so ein kleiner Tipp, den man hier noch so am Rande machen kann. Der Patch, wie gesagt, wenn alles gut geht und wenn das Ganze natürlich von Playstation oder von Sony und Microsoft abgesegnet ist, soll das Ganze jetzt in der kommenden Woche erscheinen. Natürlich habe ich mich auch mal so gefragt, wie sieht es denn aus mit dem neuen Karten-DLC, der ja schon angekündigt wurde. Man konnte das Ganze natürlich auf der EGX 2019 hier in Berlin natürlich anspielen, also auf der Playstation 4 Pro. Wer natürlich da war, der konnte, wie gesagt, selbst mal fahren. Das Ganze, was ich jetzt hier aufgenommen habe, stammt aus der PC-Fassung. Also jetzt nicht wundern, dass das Ganze jetzt ein bisschen anders aussieht als die Playstation 4-Fassung oder auch die Xbox-Fassung. Denn diesen Abschnitt oder dieses Karten-Update DLC gibt es natürlich für den PC schon eine ganze Weile. Ich habe euch das Video hier aufgenommen, damit ihr euch das Ganze angucken könnt. Ich werde euch jetzt natürlich nicht das ganze Video abspielen. Werde das Video aber unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr mal sehen wollt, wo wir überall so lang fahren. Denn das ganze Video dauert irgendwas mit 12 bis 13 Minuten. In dem neuen Abschnitt, was wir hier haben, versucht man natürlich erstmal das Ganze, dass dieser DLC erscheint, dass der Bus-Simulator erstmal flüssig läuft auf allen Konsolen. Sei es die Pro-Version, sei es die Standard-Version von den Konsolen. Vorher wird dieser DLC nicht erscheinen. Also ob es dieses Jahr noch funktioniert, eventuell, das steht also noch gar nicht mehr so fest. Vielleicht, wir rechnen höchstwahrscheinlich erst im nächsten Jahr damit. Denn das Ganze scheint ein längerer Prozess zu sein. Man hatte mir gesagt gehabt, welche Probleme tatsächlich immer mit in so einer Entwicklung damit reinrutschen. Manchmal funktioniert das auf der einen Konsole, aber wieder nicht auf der anderen Konsole, weil sie eine andere Nummer hat. Und so weiter und so fort. Also überall keine hundertprozentig gleichen Bauteile in dem Gehäuse verbaut. Und da reicht es manchmal schon, wenn einfach ein Speicher ein komplett anderer ist, als wie von einer anderen Konsole. Und somit kommen schon wieder neue Probleme. Und das ist jetzt aktuell das Problem hier bei Astragon, also das Still Alive Air, mit dem Bus-Simulator, was hier gerade besteht. Von daher sagt man, man muss jetzt leider abwarten, bis die neuen DLCs erscheinen. Wer denn? Wie gesagt, das Karten-Update, das dauert also dementsprechend noch. Auch konnte man mir noch nicht sagen, was das Ganze kosten wird. Ebenso, genauso wie die kleineren Add-ons, die es ja für den PC gibt. Hier haben wir ein DLC für einen neuen Bus, den MAN. Und wir haben DLCs für neue Inneneinrichtungen. Diese werden auch irgendwann für den Bus-Simulator erscheinen, aber auch hier konnte man nicht näher ins Detail gehen. Was man mir aber auf jeden Fall sagen konnte, ist, dass wir weitere DLCs mit rechnen können, die es so auf dem PC noch gar nicht gibt. Also hier profitiert eventuell auch der Bus-Simulator 18 eventuell davon, dass der Bus-Simulator jetzt für die Playstation erschienen ist, um das Ganze halt noch ein bisschen mehr auszustatten mit neuen Bussen, mit neuen Inneneinrichtungen und so weiter. Also hier muss man leider noch so ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, wie schnell die ganze Entwicklung voranschreitet, hier mit dem Bus-Simulator auf der Konsole. Er scheint aber so, wie es ist, dass das Ganze doch komplizierter ist, als wir das Ganze halt für einen PC praktisch umzusetzen. Von daher müssen wir hier weiterhin abwarten. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es hier natürlich neue Informationen gibt, ja rund um natürlich neuen Patches und neuen DLCs hier rund um den Bus-Simulator. Also wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt den Button drücken, dass ihr das Ganze hier abonniert, den Kanal, dann verpasst ihr zukünftig nichts mehr davon. Aber es ist natürlich nicht nur der Bus-Simulator interessant, sondern es gab natürlich auch weitere kleinere Updates hier. Gerade jetzt hier in Gladbeck. Die Gladbecker Bürger fahren nun digitaler. Die westliche Straßenbahn GmbH hat in Gladbeck neue DFI-Anzeigen errichtet. Diese sind ab kommender Woche auch in Omsi 2 nun betriebsbereit. Also ein Update folgt dann die Woche. Das bedeutet, solltet ihr Gladbeck besitzen, wundert euch nicht. Falls es ein Update gibt, hier werden natürlich die neuen DFI-Anzeigen platziert. Weiter geht's mit Omsi 2 Köln. Auch hier wissen wir jetzt, wann es kommt, was es kostet. Aber das wusstet ihr eh schon alle. 29,99 Euro soll das Ganze kosten im Handel. 29,95 Euro im digitalen Donut. Das Projekt umfasst die Linie 132. Fährt vom Breslauer Platz am Hauptbahnhof über Heumarkt-Ludwig-Platz bis nach Möchenlich. Es werden abwechslungsreiche Straßen passiert, sowie ein paar Sehenswürdigkeiten. Das Airnon soll am 7. November 2019 erscheinen. Mit dabei natürlich der Kölner Stadtbus in Solo- und Gelenkvariante. 13,5 Streckenkilometer und 28 Haltestellen insgesamt. Also kommende Woche ist es soweit. Könnt ihr schon mal Geld sparen. 30 Euro kostet das Ganze so im Dreh. Dann, Subol hat mal wieder neue Bilder veröffentlicht. Jawohl. Wir waren ja von seinem letzten Paket das schon absolut überzeugt. Und jetzt präsentiert er den MAN A36 Line City C. Und das kann sich absolut sehen lassen. Das ist wieder ein Modell, was man wieder nicht so wegdenken kann. Hier muss man wirklich sagen, dass das Ganze von den Bildern her schon wieder an ein Payment-Niveau ranreicht. Wir halten euch natürlich auf dem laufenden, wann es natürlich zum Donut ist. Wir werden uns das auf jeden Fall anschauen. Denn Subol macht hier absolut richtig geniale Arbeit. Ein neues DLC ist für den Trendsimulator vergangene Woche erschienen. Welches wir vergessen haben. Es handelt sich hierbei um eine neue Strecke. Die auch als Oberländerlinie bekannte 50 Kilometer lange Eisenbahnlinie von Reichenau-Tammins nach Dizentes, müsste er überquert das herausfordernde und malerische obere Mittelrhein-Tan. Diese berühmte Meterspurlinie aus dem früheren 20. Jahrhundert dient heute als Hauptkorridor für Regional-Express- und Güterzüge. Und Sie können dies im Trendsimulator entdecken. Das Ganze, wie gesagt, aktuell jetzt auf Steam erhältlich für 29,99 Euro. Natürlich, es vergeht keine Woche, wo es mal nichts um den Lightstream-Simulator zu quatschen gibt. Da gibt es natürlich ein neues Feature, welches hier vorgestellt wird, und zwar der Voice-Chat. Im Lightstream-Simulator wird besonders hohen Wert auf den Funk gelegt, weshalb für jede Lightstream-Fahrt ein umfassender, geräteübergreifender Voice-Chat mit zwei Kanälen geboten wird. Du besitzt kein Headset? Kein Problem. In diesem Fall kannst du dich auch ganz einfach mit deinem Android- oder iOS-Smartphone bzw. Tablet mit dem Voice-Chat verbinden und dich so mit der Lightstelle und deinen Kollegen unterhalten. Nutze den Lightstream-Kanal, um mit der Lightstelle in Kontakt zu treten. Zu strukturierten Kommunikation ist dabei die Nutzung von Sprechanfragen möglich, sodass nur die Lightstelle permanent reden kann und User ausschließlich auf Anfragen Sprachrechte erhalten. Dabei wird der Lightstelle eine sortierte Übersicht darüber geboten, wer eine Sprechanfrage gestellt hat und wie lange der Fahrer schon wartet. Wer sich ununterbrochen mit seinen Kollegen unterhalten möchte, kann den öffentlichen Kanal nutzen. Dort haben alle jederzeit Sprachrechte. Auch hier wieder absolut geiles Future. Wir freuen uns auf den Lightstream-Simulator. Ich hoffe, es ist bald so weit, damit wir das Ganze endlich mal selber testen können. Und das war es dann auch schon wieder von den News hier für diese Woche. Ist doch schon wieder einiges zusammengekommen, finden wir klasse. Die EGX 2019, ja was soll ich sagen, das war ein absoluter Reinfall. 20 Euro hat das Ganze gekostet. Hätte man sich auch echt schenken können. Aber das Gespräch mit dem Community Manager war eigentlich eine relativ coole Sache. Das Video, was ich am Anfang des Videos gesagt hatte, findet ihr wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch die komplette Strecke mal anschauen. Wie gesagt, um die 12 bis 13 Minuten geht das Ganze. Und dort zeigen wir den Strecken-DEC für den Bus-Simulator. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like dalassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, drückt den Abonnier-Button. Und sonst verabschiede ich mich jetzt nicht hier. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns am Sonntag wieder. Damit verabschiede ich mich. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.